Oh nein! Unsere Auberglässe ist kaputt gegangen! Naja, wir sind hier in das Kreuzfahrtschiff reingekommen und die Robben sollten eigentlich gut mit solchen Sachen umgehen. Stattdessen haben sie es auf den Boden fallen lassen. Es sind viele Einzelteile zersprungen und in jedem einzelnen Raum gibt es einen dieser Teile. Also vielleicht können wir es auch noch zusammenkleben, wenn wir Glück haben. Ihr seht hier eine 3D-Map von dem Kreuzfahrtschiff. Mann, da will man einmal Urlaub machen und dann muss man direkt mal wieder arbeiten gehen. Boah, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, Mario zu sein. Hier können wir einmal rein. Jong! Wo sind wir denn hier? Ah, hier ist der Motor oder sowas. Kommen wir da rauf? Ja, da ist so ein Stück! Okay, sehr schön, Sü. Das ist übrigens immer auch die allererste Mission. Hier gibt es auch nicht viele Missionen, soweit ich weiß. Nur lange Missionen. Was bist du denn hier? Was ist dein Schritt da, Spock? Es wäre wirklich schockierend, wenn du schlappst. Ich bin positiv, dass sie es etwas safer machen könnten hier. Aber ich glaube, das ist wirklich um den Kosten. Hm 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 hm. In any way, es ist toll, dass du hier einen Gast haben mögen. Die meisten Leute haben noch das schwierige Arbeit, die ich ingebracht habe, um den Mood elektrikus zu halten. Oh! naja schon verstanden ist ein geschenk doch eine münze ein münzlein ach der pumpt der kraken hier aber warum ist es so heiß der kraken pumpt hier die ganzen ding an damit das schiff überhaupt fährt macht ein ding ich schock dich nicht ich gucke mich nur weiter um waschküche und hier drin immer hat er den waschgang ohne waschmittel gestartet sollte es besser etwas hier ein tun mich das funktioniert irgendwie nicht was können wir dann da rein wissen waschmittel oder ähnliches hier kommen wir hoch da oben paar minuten ist fertig nächsten die bitte aber ich weiß nicht wenn es minuten werden aber wie süß so eine pinke waschbombe mit einer hand so leicht ist es oder so stark sind wir keine ahnung das war eine zeit scherbe ja genau 2 von 11 also es gibt elf räume insgesamt auf diesem schiff habe ich das richtig verstanden man soll ja in jedem einzelnen raum etwas geben ja glaube ich dir ja stellt niemals kleine robben ein ich glaube die sind nicht die besten mitarbeiter ist aber nur so meine vermutung und hier ist die küche und alles brennt ah ja und ich bin in sind hingefallen und sehe aus wie ein monster hallo ich bin auf dem break hallo ich bin auf dem break hallo ich bin auf dem break oh die fahr wieder hin wuuu was ist das was ist das was ist das ouchi feier ist wirklich heiß ja das hat so feier an sich bitte bemerkbar mrs wir haben ein kleines problem mit dem oven ok habe ich gemerkt ok habe ich gemerkt hallo ich bin ich hier also dass die treppe ja dass die treppe okay dann werden wir ganz kurz mal gewesen meine ich die sonne treppe boah ist so viel sind wir denn jetzt schon wieder wiii irgendwo wo wir bouncen können all right es ist schön die vacation zu nehmen sieh die Menschen die nicht andere Mafia sind zu viele von ihnen zu Hause ja aber du musst leider weg du hast nicht bezahlt kein ticket kein ticket dann passiert das mit dir kein like dann passiert das mit dir das überlegst dir lieber oh sorry ich wollte doch nicht zuschauen ist tut mir leid ich wollte nur ein bisschen äh unruhe stiften sorry bro war nicht so gemeint ok verzeih mir bitte das auch bitte und das auch bitte warum geht das wasser über bei den toiletten what the äh moment hier war irgendwo ein bounce ding ja genau hier das ding boing ähm ok gut 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 sieht schon mal ganz nett aus hier okay hier jetzt nicht hier liegt überall im Müll rum aber ansonsten das sieht doch ganz nett aus äh ne hab ich nicht nötig aber damit könnten wir hier hoch ja gut ich bin aber jetzt so schon hoch gekommen passt schon das hier ist ein ne komm wir rein aber wenn das steht wir dürfen nicht wir können einfach rein und das noch ein stück 5 5 und was soll das hier heißen einfach mal kurz im Grund ok keine ahnung was heißt kaputte Bildschirme es gibt in den meisten oder sagen wir mal so eine Hälfte der Räume gibt es in der Karte immer das ist natürlich sehr nützlich hier ist noch eine Tür boah hier ist einiges das ist so ein riesiges Level man und ich dachte Mafia-Torn wie riesig nein kapitän haben wir hier gefunden aber wir haben da ein paar Problemchen könnte man meinen also den sollten wir nicht nerven nicht stören besser gesagt äh was gibt es denn hier boah ich will mich eigentlich nur rumschauen schaut irgendwie meine Mission zu machen das ist eine schöne Aussicht das oben ist einfach nur so ja befleckter perfekt das Meer aber aber hier das sieht interessant aus mit den ganzen äh Korallen und alles nett nett Fischis die serviert werden na 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 niemand redet mit mir es ist so bejimmert es geht so das geht ja immer du willst nichts du 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 auch ja ja Wuhu was ja mu quell wu mats ist das immer alleine ne komm zurück in die küche bringen küche ist entscheidend hier unter dem salat das war eine scherbe vom stein okay gut dass es rausgenommen habe vor ihm reingebissen hat das hätte noch den lawsuit geendet ich habe euch gerettet ja also wir danken hier ist marius kuchen der piz kuchen wie ich hatte immer egal ja ja interesse abgehauen oder war da woanders ne der typ ist wirklich abgehauen jetzt sind wir und warum ist ja hallo hallo ich war drinnen was doch aha die haben also wirklich den preis bezahlt habe ich eine 1 reingeschrieben wäre es vielleicht sogar noch flüssiger gewesen ich habe doch ein dollar bezahlt das ist eigentlich genug ok zwei dollar aber wir auch nicht das ist so ein riesiger ort zum erkunden aber sie ist nicht der spielplatz für die kinder ich meine schon ich habe ein paar kinder die ich gerne liegen lassen möchte jetzt ist offen ist absolut keine ahnung was alles bedeuten könnte aber die handschrift ist für eine robbe erstaunlich gut was wir sehen ja okay bin ich groß genug ich bin nicht groß genug einfach durch einfach durch nein dass ich klettern soll sie rutschen also können wir rutschen ich will das ist hallo kinder spiel mit regenbogen kacke ok dann möchte ich nicht stören dann möchte ich euch natürlich nicht weiter stören ok gibt es da nichts zumindest sehe ich hier nichts oder wo bin ich hier ich seht ihr wo ich da bin also ich sehe es nicht auch mann auch mann ja helft ja Okay, ich weiß gar nicht, wie alt wir sind. Bestimmt sind wir schon sehr erwachsen. Na gut geheißen Head Kid, wie erwachsen sind wir da dann? Achso, ich soll, okay, 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 verstanden, verstanden. Ich soll mich hier oben, hier in diesem Außengebiet umschauen. Ist heute für die Lags, weiß auch nicht was da los ist. Äh, wir kommen nochmal hoch, hier waren irgendwo Hooks, da oben ist ein Hook. Captain, ich möchte gerne zur Hook. Joinks. Okay, da sind drei, mehr nicht? Okay, drei Stück. Joom. Guten Tag. Dankeschön. Und Dankeschön. Und Dankeschön. Vorsicht, je mehr du trägst, dass du wackeliger 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 wirst. Das heißt, was? Was? Ich darf nicht rennen. Oder was heißt das? Ich darf nicht springen. Nein, was? Aber. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich muss ja mal herunterspringen. Zu wem, zu wem, zu wem? Da hinten. Nein. Höh. Was macht denn? Es geht ja. Was? Okay, ich kann mit den Dingern schwimmen. Easy. Na, Kumpel? Ja. Easy. Kein Problem. Bitteschön. 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 Hey, das ist nicht Eis. Das ist eine Glassterbe in diesem Getränk. Aaaaaaah. Okay. Nicht so gut. Ich dachte, der Poole würde heißen sein, wenn es so kalt wäre, aber es ist nicht. Ich habe fast meine Fehlungen ausgelöst, um einen Dippen zu nehmen. Oh. Ja, da musst du auf jeden Fall mal aufpassen, Lassi. Äh, wir gehen... Wo gehen wir lang? Dann, wir gehen wieder nach oben durch die Tür. Das können wir machen. Ich denke, das ist jetzt ein guter Weg. Und ich habe das Gefühl, die Level oder die ganzen Akte hier in diesem Chapter werden alle super lang. Weil ich keine Ahnung habe, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Wow, was zum... Okay, mein Sprung hat irgendwie nicht ganz, äh... Registrat, aber irgendwie delayed. Ach, diese annoying kleinen Seals, die mich kümmern. Ich habe ganz gut gesagt, er redet deutsch. Ja. Ich bin immer ganz schön leise. Richtig. Richtig. Richtig und wichtig. Warum ist es so lecky hier? Was soll das? Spät, ich brauche 60 FPS. Wie geht es jetzt daran, dass man einen Jumpfall enttippiert wird? Das kann sein. Hm. Hier ist... Ein Ballonweg. Boing. Boing. Ah, wow! Ei, ei, ei. Hallo, Frau. Ich hoffe, du magst das Land. Wir arbeiten sehr hart, um es zu schrauben und knallig zu halten. Ja, okay. Hut sagt, da ist noch was. Okay, Hut, dann trau ich dir. Nee, du hast mich veräppelt, dies war es. Eid? Hallöchen, auf der anderen Seite ist noch was. Aber ich hab's nicht rüber geschafft. Oh, man. Oh, nein. Nicht gut. Boah, es ist super krass am Längen auf einmal. Oh, wow. Hut sagt, weg aus diesem Raum. Ja, stimme ich zu. Ja, wir sollten vielleicht mal alle erstmal Hallo sagen. Oh, warte mal. Oh, Glücksspiel. Glücksspiel, Glücksspiel, Glücksspiel. Oh, Arcade. Irgendwie zieht sich diese Maschine an. Oh, man braucht Schiff zum Spielen. Äh, warte, wie ging das nochmal beim Pokémon? Leute, könnt ihr mir was ausleihen? Sondern auf euch pleite und hat keinen Bock, noch mehr auszuvergeben? Ah, ich glaub's mir einfach. Irgendwer hat's liegen gelassen. Wahrscheinlich sind wir gerade auf die Nette. Äh, wir sagen einfach nix. Selber Schuld. Du haust auf etwas Tolles. Komm, schau. Sieben, 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 sieben. Da schickte eine Scherbe in der Maschine. Deshalb kriegst du nix. Aber kriegst du die Scherbe. Oh, man. Äh, achte nicht auf die Zahl unten. Die ist nicht wichtig gerade. Ich will eine Million befreien. Komm schon. Sieh. Ich dachte, wir haben einen Knopf. Nee, das ist ein Sitz. Grand Prize. Five million. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier auf den Tisch springen. Und deshalb sagt er, bitte steh dich auf dem Tisch. Das ist lustig. Ich habe Familie in... Ich bin sehr glücklich, dass das ist, wo wir gehen. Das ist, warum ich auf dieser Kruise getroffen habe. Ganz sicher. Hahaha, wir haben alle verloren. Hihihi, ganz viel Geld verloren. Hahaha. Ihr habt Spaß. Na, ich hab kein Glück. Wobei ich jetzt eigentlich wieder. Ich bin wieder im Hauptraum. Mehr oder weniger. Aber da oben ist noch was. Eins der Scherben. Wow, bitte spielen. Nicht lagen jetzt. Danke. Zehn von elf. Ein einziges fehlt noch. Leider habe ich keine Ahnung, was fehlt. Aber ich glaube, wenn ich mir noch ein bisschen umschaue, werde ich schon finden. Wow. Gott. Ja, hier in diesem Raum. Hier ist das letzte Ding. Hier ist das letzte, was mir fehlt. Nur wo ist das letzte? Wahrscheinlich irgendwo in der leeren Ecke. Hier vorne bei dem, Dude. Oh, ich kann dich tragen, Kleine. Wer nicht gerade will. Oh, wie süß. Aua. Schau dir das an, wie süß. Will das einfach tragen. Okay, ich glaube, hier durch. Ja, hier durch. Und dann da oben. Da ist der Kevin. Hier Kevin. Einer von euch. Hä? Was willst du, Pup? Eine der Crew hat sich wiederum verholt. Ja. Was sehe ich als Doktor? Kiss es besser dir selbst. Oh, okay. Sorry. Hier, ich knutsche dich ab. Dann geht es wieder besser. Oh, du wankst, du wankst, meine Auchi-Mis. Ich fühle mich besser. Ich habe ein schildes Glas gefunden. Aber es ist alles dein. Oh, du wankst. Das will ich von dir. Hallo. Hallo, Scherben. Und somit können wir mehr als 40 Stück haben. Ja, okay. Subconvert. Voll. Und nochmal. Ja, okay. So, ich würde mal behaupten, wir haben jetzt so ziemlich... Da stehen hier einfach ein, Leute. Wir haben jetzt so ziemlich das meiste hier erkundet. In der Kreuzfahrt. Und das ist ja auch super. Aber. Ich denke, wir es erst mal geschafft haben. Prima natürlich. Das zweite. Und. Nichts mehr. Oh, okay. Ähm. Alles klar. Wir machen ganz kurz einen kleinen Abstecher in die Lobby von dem zweiten DLC. Einfach nur, weil es hier das letzte Podest gibt, was wir direkt kaufen werden. So, nachdem wir das gekauft haben, können wir nun das letzte dieser Relikte bauen. Und zwar den großen Kuchen. Blob. Blob. Und Blob. Blob. Das ist ein Schatz vom komischen Planeten identifiziert. Der letzte Schatz. Wir werden uns hier nicht groß umschauen. Das machen wir dann ein andermal. Ich möchte nur das hier freischalten. Genau. Kuchenmuseum. Eine schicke Metallplatte, um Kuchen zu zeigen. Was für ein Mensch würde einen Kuchen nur ausstellen? Was? Was für ein Mensch würde einen Kuchen nur ausstellen? Oder würde. Würde wahrscheinlich. Kuchenmuseum. Kuchen sind fürs Essen gemacht. Ich komme mir nicht an den Kuchen auf der obersten Platte dran. Oh nein. Tja. Dann wohl nicht. Aber okay. Gehen nach oben. Und. Dann. Machen wir das Level, was wir gerade gesehen haben. Was wir freigestellt haben. Yeah. Oh. Hippie. Hippie. Weil jetzt ist, glaube ich, nicht mehr genug Zeit für ein, ähm, okay, Stark, cool. Für ein neues Hauptlevel. Was haben wir mal ein kleineres Challenge Level. So, aber wo finden wir das überhaupt? Blum. Blum. Was ist das Story Ding? Ich glaube, die Lern sind von der Story, oder? Leila. Äh, das ist direkt. Okay, ich weiß, was das ist. Drei beim Anfang beim Chef. Okay, let's go. So, hier hinten nämlich müsste es sein, ne? Nachdem wir hier vorbeigegangen sind. Ja. Direkt hier. Super easy. Einfach das Level gehen. Geradeaus latschen. Und dann, ja. Das war's. Zeitriss. Tiefsee. Oh, ich hab jetzt gar nicht, ich, oh, ich hab jetzt nicht dran gedacht, dass wir hier vielleicht so ein Story Ding haben. Bedeutet, ich hoffe, ich finde den First Try alle Bilder. Sonst, äh, habe ich ein Problem. Es gibt ja doch bestimmt auch Bilder wieder, oder? Denke ich mal. Hier ist ganz viel Geld, ganz viel Gold unter Wasser. Ja, wir sind ja unter Wasser. Wie viele? Neun. Äh. Ja, ich glaub, ich guck mal ganz kurz nach, nur um sicherzugehen, wie viel es gibt. Okay, ich hab' nachgeschaut. Wir können weiter. Hier gibt es zwei. Und das sieht echt schön aus. Ob es die Farben, dieses Nielände, Leuchte. I like, I like it. Gut, dass wir einfach unter Wasser atmen können und ganz normal bei uns bewegen können. Aber ja, okay, das ist ja auch nicht wirklich unter Wasser. Das wäre doch mal wieder so ein Schille gewesen. Hätte man sagen können, da kommst du nur ran, wenn du dich duckst. Weil das Ducken in diesem Spiel bringt wirklich gar nichts gefühlt. Ich hab's kaum benutzt. Vielleicht ein, zwei Mal und dann nie wieder. Weiß ich nicht. Also, finde ich einfach persönlich super lame. Bis auf die Stachel achten. Wir wollen uns nicht aufspießen lassen. Das ist nicht vorteilhaft. Da sind ja sehr viele von denen. Die wollen unbedingt, dass ich mich aufspieße. Aber das tue ich nicht. Äh. Ah, da hinten leuchtet was. Schaff ich den Jump? Jetzt schaff ich den Jump. Wunderbar. Äh, never mind. Ernsthaft? Und dann den ganzen Weg wieder zurück, weißt du? Wow. Also. Das ist, äh, mies. Verschwendet vor allem super viel Zau- Hallo? Ja. So was erneut. Ähm. Ja. Erneut. So. Oh. Deshalb. Ah. Das Ding hier ist, steht da raus. Okay. Äh, äh. Wie komme ich da ran? Ähm. Okay, ich hab nicht nochmal ein Damage bekommen, das ist nett, aber, äh, vielleicht gehen wir einfach einen anderen Weg. Da ist ja nur ein so ein Ding, wir brauchen ja nur zwei und, äh, uns wurde ja schon mehrmals gesagt, man muss in diesem Level nicht immer alles einsammeln. So, wir haben jetzt beide, äh, Seiten, die es hier in diesem Bereich gibt. Das ist gut. Oh mein Gott, ich hab mich übelst erschrocken. Ich dachte, da war irgendein Gegner, der mich gerade angerufen hat. Weil da wäre ich gestorben, wisst ihr. Ein Leben. Stirb. Verschwindet, ey. Genervt. Wie komm ich da hoch? So. Boah, man muss noch richtig aufpassen. Äh, da hab ich richtig Schiss. Hä? Äh. Das Level ist, ähm, doof. Muss man nett auszudrücken. Ja gut, ich kann einfach von hier rüber, ne? Okay. Äh, ja, was ich hier mache, weiß ich nicht genau. Oh Gott, das hat noch geklappt, okay. Haut mal bitte. Ab. Ähm, ich glaube, ich sterbe jetzt wieder. Ich sehe halt vor allem nichts, ne? Ich sehe einfach nichts. Die Kamera ist so schlimm in diesem Spiel. Meine Güte. Äh, wo kann ich landen? Da kann ich landen. Schön. Warte, ich muss beide bekommen? Ja, doch, muss er so sein. Oder? Wait. Wo bin ich hier? Da ist eins und hier ist jetzt nichts mehr. Also ich muss beide bekommen. Jetzt passt auf, ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Das ist, äh, das... What happened? Also ja, das ist hier, wie gesagt, bisher das schlimmste und schwierigste Zeitriss-Level. Ja, das muss ich jetzt konzentrieren. So. So macht man es. Und jetzt einfach rüber springen. Let's go! Jetzt brauche ich immer noch Trinketeilungen. Hier gibt es zwei Bilder. I think. Dann beim nächsten drei, beim letzten eins. Das habe ich gelesen. Hahaha. Das ist kein Cheating. Das ist nur sicher gehen. Ich hasse dieses Level. Ich hasse es. Okay. Nicht viel besser. Zwei Läden nur noch. Äh, na gut, was soll's. Was soll's. Also, was ist dort in dem Raum passiert hier? Was passiert hier überhaupt? Irgendwas... Irgendwas passiert hier. Oder nicht? Okay, hat geklappt. Okay, also man darf dann nur einmal kurz rausstehen. Zweites Mal landen geht nicht. Habt ihr es irgendwie geschafft? Zum Glück. Ähm... Das kann ich freisprengen. Dang! Okay, ist glaube ich nur ein Weg. Oder? Ja, es ist hier nur ein Weg. Hier ist nichts. Man muss schon aufpassen, dass wir alles finden. Das ist ganz wichtig. Wir wollen ja hier hundertprozentig alles abschließen. Wie immer und ewig. Äh... Hier hinter könnte ich mir was vorstellen. Hinter dem Tower. Hier, wenn man hier so runterfällt oder so. Nee, das sind nur mal... Rote Stacheln. Ich glaube, das sind Stacheln. So, das sieht cool aus hier. Äh... Nur ein Bild müsste es hier, glaube ich, noch geben. Boing! Okay. Zwei Dinger bei euch. Alles klar. Dahin ist was. Und dahin ist was. Gehen wir es mal hier lang. Weil das ist näher dran. Äh... Haut ab. Peace, please, please, please. Danke. Wieso droppt niemand Herzen? Es gab... Das ganze Level ist noch keine Herzen. Ist das uns auch aufgefallen? Also mir auf jeden Fall. Hilfe! Okay. Blum. Äh... Nein! Okay, verstehe. Ich verstehe schon. Das ist nicht schwer. So, und weg. Und dann habe ich es. Und dann muss ich... Hier drauf. Um mir wieder rüber zu kommen. Jetzt kann ich es dann verlassen. Aber da oben habe ich schon gesehen, dass da noch ein Bild ist. Das ich gerne hätte. Aufpassen, weil die machen... Äh... enormen Ärger. Einfach ignorieren. Äh... Das ist ein Herz. Oder? Habe ich ein Herz gesehen? Tatsache. Oh mein Gott. Geh bis her. Nein, die treffen mich jetzt nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung, ob ich die treffen können. Deshalb springe ich lieber mal. Auf, wenn es riskant ist. Äh... Ja, hier hoch. Und ich hasse übrigens diese ganzen Towerjumps, die wir machen die ganze Zeit. Mit diesen One-Way-Plattformen, was auch immer. Die in den Zettel kaputt gehen. Ich glaube, das hier ist wirklich nur Bonus. Für das Bild. Aber das wollen wir natürlich haben. Nein, tatsächlich nicht. Ich sehe da eine Krone. Das ist kein Bild. Oh no. Oh no. Das ist noch ein Herz. Oh no. Habe ich das verpasst? Nein. Oder? Könnte ja nicht sein. Oh! Boah, nicht runterfallen, du. Girl, nicht fallen. My guy, nicht fallen. Ne, ich glaube, hier ist wirklich nichts mehr. Dann war ich irgendwo noch nicht. Weil irgendwo gibt es noch... Ein Bild. Dort ist es über einen nicht gewesen. Bin ich mir sehr sicher. Das ist hier vielleicht. Wo die Gegner alle sind. Hier würde ich ein Bild verstecken. Aber im Gebüsch oder so. Übersehen tue ich hier nichts. Ich kann hier unten landen. Vielleicht ist hier unten nochmal was. Ich weiß auch nicht. Ne, da sind wir lang gegangen. Und hier gibt es nichts unten. Hier sind wir auch lang gegangen. Hier war auch nichts. Nur der Weg dorthin. Da drin war schon ein Bild. Wo ist denn das? Ist es da oben? Ja, hier ist es. Krasse Truhe. Und dann so. Hallo, ich bin kein Bild. Okay. Dann können wir jetzt hier raus. Und in die nächste Ebene. Wo es dann die meisten Bilder gibt. Wahrscheinlich ist das auch die größte Ebene. Da gibt es nämlich fast alle.